Ich denke, du wirst dich, wenn der ganze Mist erst mal vorbei und erledigt ist. Ich denke, da wirst er dich als einen fett grinsenden Hurensohn wiederfinden. Und deine guten Tage sind so gut wie vorbei. Tja, es ist eine harte, gemeine Tatsache des Lebens. Aber es ist eine Tatsache des Lebens, vor der du nicht die Backen zukneifen kannst. Mal und hau ins Butsch. Was glaubst du, wie viele Kämpfe du noch überstehen kannst? Zwei. Boxer werden mit dem Alter nicht besser. Du hast es weit gebracht, aber du bist nie ganz nach oben gekommen. Und wenn du es hättest schaffen sollen, hättest du es schon vorher geschafft. Willst du, mein Neger? Sie geben uns ganz zuerst. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020